Ja, Sie haben es gehört, meine Damen und Herren, das war hier die Begrüßung von der Stützengesellschaft Eibau zum 29. Eibauer Bierzug hinter dem Volkshaus in Eibau. Seid herzlich willkommen und starten wir das Wochenende hier mit den Einmarsch der Vereine, die sich hier präsentieren möchten und ich wünsche da schon mal viel Spaß und vorneweg, ganz vorneweg hier sehen Sie, die Schützengesellschaft, die jedes Jahr den Bierzug hier mit ihren Böllerschüssen eröffnen. Ja, Applaus dafür, liebe Gäste. Und im Anschluss, damit auch jeder hier Fernsehen hat in der Gemeinde, die Antennengemeinschaft Eibau e.V. unter dem Vorsitz von Adelbert Zöller. Im Anschluss.